Felix Magath, ich darf als Zuhörer sagen, vielen Dank für einen sehr interessanten, kurzweiligen und unterhaltsamen Abend aus Ihrer Sicht. Wie viel Spaß hat es Ihnen gemacht, so in Erinnerung zu Schwelgen, kurzes Fazit des Abends? Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, denn es war immer was anderes, nicht nur Journalistenfragen, sondern eben ein anderer Blickwinkel auf das ganze Geschehen. Und es hat mir Spaß gemacht, aus meiner Erfahrung zu erzählen, aus der Praxis heraus zu erklären oder den Leuten darzustellen, wie das im Fußball funktioniert oder funktionieren kann. Denn es gibt ja verschiedene Wege und ich habe eben meinen Weg hier aufgezeigt. Apropos nochmal Journalistenfragen. 40 Jahre ist es her, dass Sie damals den HSV zum Europapokal geschossen haben. Für Statistiker und Journalisten ein schöner Aufhänger für so einen heutigen Abend. Für viele HSV-Fans sicherlich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Vielleicht Ihr wichtigstes Tor aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund Ihrer langen Karriere. Wie ordnen Sie es ein? Ja, es ist natürlich das Tor, das am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat und das mich dann in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Aber ich persönlich, wie gesagt, habe immer die deutschen Meisterschaften höher eingeschätzt. Denn wenn man nach 34 Spieltagen vorne steht, dann hat man es wirklich verdient. Bei Pokal-Europapokal-Wettbewerben braucht man auch immer ein bisschen Glück im entscheidenden Moment. Ich habe ja auch nicht nur da gewonnen, ich habe auch 1980 das Finale verloren. Von daher weiß ich, wie das so funktioniert. Und deswegen ordne ich das nicht ganz so hoch ein. Das Ganze ist lange her. Hinter dem HSV, wissen wir alle, liegen krisenreiche Jahre. Dennoch regelmäßig absoluter Zuschauerrekord. In der zweiten Liga haben Sie den Eindruck, dass dieser Mythos-HSV, die Marke HSV, nach wie vor lebendig ist? Natürlich. Der HSV gehört zu den größten, zu den besten Vereinen, die es in Deutschland gibt. Und er war mal vor 40 Jahren auch vielleicht der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Vereine zu der Zeit gewesen. Und es wäre natürlich schön, wenn der HSV wieder in diese Richtung durchstarten könnte. Und wieder mal natürlich erstmal erstklassig und dann auch vielleicht international wieder mal für Erfolge sorgen würde. Letztes Jahr hätte es ja fast geklappt. Es ist ein Jahr her. Ich weiß, dass Sie das sehr oft gefragt wurden. Ich hatte noch nicht die Chance, nochmal nachzufragen. Sie waren ja damals der Spielverderber, in dem Sie die Hertha gerettet haben. Wie sehr hat Ihnen der HSV leidgetan? Ja, es war natürlich für mich persönlich ein ganz unglückliches Zusammentreffen. Denn ich habe es leider geahnt, dass es so kommen muss und habe mich immer vor dem Moment gefürchtet. Aber ich bin halt Profi und ich konnte auch in diesem Fall nicht aus meiner Haut und habe eben für meinen Verein, der mich bezahlt hat, das Beste gegeben. Und ja, leider hat das dann für den HSV nicht gereicht, um aufzusteigen. Umso mehr drücke ich die Daumen, dass es jetzt dieses Jahr passiert. Nehmen Sie die Aufbruchstimmung beim HSV wahr? Sagen Sie, die Handschrift von Trainer Tim Walter ist erkennbar und da ist wirklich was Neues entstanden? Ja gut, Tim Walter hat eben eine Spielidee, die er konsequent umsetzt. Und er hat es mit dieser Spielidee wieder geschafft, jetzt wenigstens in die Relegation zu kommen, sodass er nach wie vor die Chance hat, aufzusteigen. Und ich glaube, dass der HSV ohne Relegation dieses Jahr in die erste Bundesliga aufsteigt. Super, vielen Dank für die Einschätzung. Danke für die Prognose, Felix Magath. Vielen Dank.